Herzlich Willkommen zum Mediale Energetik Treff. Ich bin Oliver Ehreni, Mediale Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz und es freut mich, dass du heute dabei bist. Wir werden heute an einem Thema arbeiten, das mir sehr wichtig ist, nämlich so diese Verbindung mit der inneren Stimme und zwar unter dem Aspekt, dass man diesen inneren Frieden, diese innere Zufriedenheit besser spürt. Also weniger jetzt aus Orientierung heraus, sondern wirklich nur, dass man mal spürt, man ist geliebt, man ist verstanden, man ist geborgen und man muss sich eigentlich um nichts sorgen. Und das kann dir dann helfen, in deinem Alltag einfach Stabilität zu bekommen, eine Klarheit zu bekommen und einfach auch bei dir zu bleiben, wenn du dann natürlich auch viele Meinungen hast. Und gerade in einer Zeit, wo die Meinungen, die Fronten immer, sich immer mehr verhärten, wo es eigentlich keinen Mittelweg mehr gibt, wo es eigentlich nur mehr schwarz und weiß gibt, auf jeder Seite einer Diskussion, ist es wichtig, dass man einfach bei sich bleibt und für sich das Richtige heraus spürt oder auch spürt, dass vielleicht die Wege, die einem angeboten werden, der eine und der andere, gar nicht so wichtig sind, sondern dass man das macht, was für einen richtig ist. Also, dass das Außen gar nicht einmal so diese Riesenrolle spielt für das Innere. Und das spürt man eigentlich nur, wenn man wieder sich auf dieses innere Licht besinnt. Und das wollen wir uns heute mal anschauen während dieser Reise. Gut, dann schließe mal deine Augen und atme tief ein und wieder aus. Und tief ein und wieder aus. und erlaube dir einfach mal, dass du dich entspannst, mit deinem Atem immer ruhiger und ruhiger wirst, immer weiter und entspannter, so dass du immer mehr und mehr in deine Sicherheit in deine Entspannung hineinkommst. Und damit du dich auf das Innere einstimmen kannst, muss zuerst mal alles Äußere rausgenommen werden. Äußerer Stress, den du vielleicht mit anderen Menschen hast. Materieller Stress, materielle Sorgen. Alle Pseudosicherheiten dürfen jetzt mal wegfallen. Also sowohl Pseudosicherheiten als auch Pseudounsicherheiten. Alles, wo du dich tagtäglich immer im Kreis drehst, bleibt jetzt mal zurück und du sinkst immer tiefer und tiefer in deine Entspannung. Und lässt mal alles Materielle hinter dir. Auch sämtliche körperliche Themen lässt du jetzt zurück. Und du erlaubst dir, dass du immer ruhiger, klarer und entspannter wirst. Die geistige Welt ist ja kein geografischer Ort. Das ist ja kein Ort, den du erreichen kannst, sondern die ist ja immer da. Das ist eine Qualität, die du in dein Leben einlädst. Und du lädst jetzt diese geistige Welt, diese Qualität in dein Leben ein. Ich lade die geistige Welt in mein Leben ein. Oder anders ausgedrückt, ich aktiviere die geistige Welt in meinem Bewusstsein. Ich aktiviere die geistige Welt in meinem Bewusstsein. Und du atmest jetzt mal tief ein und wieder aus. Und du spürst, dass jetzt eine tiefe Reinigung durch dich fließt. Und diese Reinigung ist einfach die Konsequenz der Rückbesinnung, der Aktivierung dieser geistigen Welt in dir. Und es werden jetzt auch aus deinem Körper sämtliche Stresshormone, sämtliche Ängste einfach mal abgegeben, gereinigt. Und du erlaubst dir, ruhiger und entspannter zu werden, während dein gesamtes System sich immer mehr und mehr reinigt. Jeglicher Stress wird aus deinem Körper ausgeschieden. Und besonderes Augenmerk bekommst du jetzt so beim Herzchakra. Wo wirklich eine tiefe Reinigung stattfinden darf. Eine Rückverbindung mit der geistigen Welt, wo quasi der Kontakt wieder erneuert wird. Und du einen Energiefluss aus der geistigen Welt in dein System wahrnehmen kannst. Und dieser Fluss trägt dich und reinigt dich noch weiter aus. Du spürst, wie sich deine Chakren öffnen. Und wie dieser Energiefluss vom Herzen weg auch deine Schultern entspannt, deine Ellenbogen entspannt, deine Handgelenke entspannt, deinen Hals entspannt, dein drittes Auge entspannt und dein Kronchakra entspannt. Und diese spirituelle Energie erdet sich jetzt, indem sie durch deinen Solaplexus fließt, dein Nabelschakra, dein Wurzelschakra, deine Hüfte und die Hüftgelenke, deine Knie und Fußgelenke bis in die Erde hinein. Und nochmal, Materie, alle Diskussionen und Auseinandersetzungen mit der Materie, werden jetzt aus deinem System gelöst. und du spürst, dass sich alles um dich so wandeln kann, wie es deinem Inneren entspringt. Alles, was dich verunsichert, was dir Angst macht, alles, was dich vielleicht manipulieren möchte, fließt ab und wird transformiert. und du beginnst jetzt, die Welt um dich herum zu entzaubern und Klarheit zu schaffen, Rückhalt zu schaffen. und du spürst, dass du Schöpferin oder Schöpfer deines Bewusstseins bist, deiner Realität. und erlaube jetzt einfach mal diese Energie, dass sie fließt, dass sich sämtlicher Stress und Druck löst, dass du nicht mehr in der Welt lebst, die dir von deinen Eltern gezeigt wurde, oder in der Welt, die durch dein Umfeld definiert wird, sondern dass du in einer Welt unendlicher Möglichkeiten existierst, und dass du spürst, dass diese Kraft keine Kraft ist, die andere manipuliert, die allerdings erkennt, die allerdings erkennt, dass jeder andere auch Schöpferin und Schöpfer des eigenen Lebens ist, dass du also in einer Welt voller unendlicher Potenziale lebst, und dass es die Entscheidung jedes einzelnen ist, dieses Potenzial zur Fülle zu entfalten. Und du atmest jetzt mal tief ein und wieder aus. Und du erlaubst dir jetzt noch einmal, sämtliche Manipulationsenergien aus deinem Feld zu lösen. Alles, was mich jetzt manipuliert, was mich von meinem höchsten Licht abhalten möchte, verlässt auf der Stelle mein Energiefeld. Und du spürst, wie du ruhiger wirst. Und du spürst, wie du liebevoller wirst. Du spürst, wie du in dir erhabener wirst. Und beginnst wieder über den Dingen zu stehen. Und du atmest jetzt mal tief ein. Und wieder aus. Noch mal tief ein. Und wieder aus. Und während du jetzt ganz ruhig und bewusst bist, in deiner höchsten Schwingung baut sich ein schützendes Energiefeld um dich auf, damit du in dieser Verbindung bleiben kannst. keine Ängste oder Sorgen werden dieses Energiefeld, diesen Schutz, löschen oder umprogrammieren können oder durchdringen. Und du atmest jetzt noch mal tief ein. Und wieder aus. Und spürst noch mal nach, wie es jetzt ist, dass du in deiner Mitte bist. in deiner Klarheit, in deiner Schöpferkraft. Und du bedankst dich jetzt bei der geistigen Welt. Lässt deine Schöpferkraft noch mal ganz tief in die Erde fließen. Atmest dann noch mal tief ein. Und wieder aus. Und streckst dich mal durch. Bewegst deine Arme und Beine. Und kommst in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und fühlst dich vollkommen klar, stabil und gekräftigt. Du bist jetzt eben in deine Schöpferenergie eingetaucht. Und vielleicht hast du ja gemerkt, wie sehr das Umfeld oft einmal ablenkt. Oder dich aus dieser Mitte, aus dieser geistigen Welt wieder so ein bisschen rausholt. Das ist jetzt nicht negativ zu sehen. Sondern das ist halt einfach so der Ablauf, wenn man sich sehr stark nach außen konzentriert. Also ich hoffe, du hattest coole Erlebnisse mit dieser Meditation. Wenn du eine Frage hast, schreib es mir in die Kommentare. Wenn du ein Thema für eine Meditation hast, schreib es auch einfach unten rein. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Lass mir einen Daumen hoch da. Teile das Video. Abonniere meinen Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss und alles Gute. . Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020